Die 20. Street Parade ist eröffnet. Doch noch stehen die Love Mobiles still. Angeführt werden sie vom Troika Energy Mobile, darauf die Blick Girls und Boy George, der den Start der Parade kaum erwarten kann. Viele Menschen sind es tatsächlich. Und sie sind gespannt, mit was für Tunes ihnen Boy George einheizen wird. Genauso unberechenbar auch seine Antwort zu der Frage, was er von den Blick Girls hält. Doch jetzt heißt es erstmal Volume Up und los geht's. Untertitelung des ZDF.